Hi, ich bin Joost, der Gründer von Basic Bikes Berlin und ich war heute bei den Lounge Labs bei der COMX und wir versuchen hier ein bisschen mit dem Fahrrad im Kreis zu fahren. Ich erzähle euch, was ich hier gemacht habe. Ich habe nämlich eine kleine Session gehalten und habe ein bisschen über meine Selbstständigkeit gesprochen. Ich habe zuvor bei einer großen Firma gearbeitet, habe mich selbstständig gemacht, mir ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist und hatte großen Spaß, gutes Feedback gekriegt heute bei einer Session. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen was über meine Selbstständigkeit erzählt und was ich da so gelernt habe und was man aus dieser Selbstständigkeit für das Corporate Life so ein bisschen übertragen kann. Ja, war mega spannend und natürlich auch ein bisschen komisch hier vor so einem Greenscreen zu sitzen und nicht so ganz so zu wissen, was auf einen zukommt. Vor allen Dingen, weil man kein Gegenüber hat und ja eigentlich niemanden sich gegenüber sieht und dann so ein bisschen frei von der Leber zu sprechen. Tolle technische Ausstattung, muss ich auch sagen. Schönes kleines Fernsehstudio, sehr professionelle Leute hier gehabt und hat wirklich großen Spaß gemacht, hier mit euch zusammenzuarbeiten, die Session zu halten und ich freue mich auf das nächste Mal.